Ein Spiel, was in dieser Tabelle und zu diesem Stand gar nicht möglich ist. Rot-Weiß Essen verliert zu Hause gegen Homberg. Die heimstärkste Mannschaft... Warte mal. Ich nehm's zurück. Die Fans... 15.000 Leute haben gesehen, wie Essen gegen Homberg verlegt. Gegen den 15.000. Vor dem Spiel sogar noch gegen den 17.000. Wenn man das mal so merkt. In Essen, ein Team, was aktuell die Chance hat aufzusteigen. Verkackt gegen den 16.000. Na gut, es gibt auch einen Kandidaten. Verlad auch gegen die verkackt. 1-0. Das ist genauso traurig. Aber Essen ist das einzigste Team von denen, was so viele Fans hat und eigentlich schon seit Jahren, sogar gefühlt schon Jahrhunderte, um den Aufstieg kämpft. Und es nicht machen. Tore sind 16 Minuten durch Darwinkel. In der 41.000 durch Diebel. Und Essen hat insgesamt dreimal gewonnen. Einmal für...